Da musst du dich wieder festhalten und den Helm anlegen für diese Frage. Also, das heisst Kennt ihr jemanden, der das Klingonisch brauchte? Ist ja noch schon Latinisch, der klingt wie Klingonisch. Von dem her sind sie sicher nicht weiter weg. Aber Klingonisch? Ja, wieso eigentlich? Klingonisch? Ja, das könnte man doch wirklich. Oder gibt es auch Körperteile bezeichnete Klingonisch? Irgendjemand hat das schon aufgeschrieben, man musste keine Sorgen machen. Und eben auch diese Frage hat wieder ein Computerposter, zweieinhalb Meter ausgewachsen ist nichts.